Heute, ja, ähm, ich möchte euch mal das Video zeigen, wie die Jad beginnt. Meine Katze ist ein bisschen wild. Und was legt die Katze jetzt wohl mal? Oh, Mann, da erschreckt dich manchmal richtig, wenn die Katze sich mal so richtig bewegt. Tja, wir haben schon oft Kratzen in der Kiste, weil die Katzen... ...das oft macht. Ja, die Katze jagt ihn bald den ganzen Tag. Denkt sich sicher mal die blöde Kiste, wieso ist immer da, ne? Ja, und ich glaube, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann gucke ich, wann ich das nächste Video mache. Und tschüss! 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 Tschüss!